Hallo, heute erzähle ich was über Tankdeckel. Hier haben wir drei Tankdeckel. Der eine ist von der Kajiva Mito, der andere ist von einer Yamaha und der dritte ist von der Juliara Saturno. Ich habe ja mal erzählt, dass die alle passen. Das sieht man also hier rein optisch. Die beiden Klappendeckel sind ähnlich. Yamaha hat eine andere Konstruktion. Hier auf der Rückseite sieht man die Ähnlichkeiten etwas besser. Die Schließmechanismen sind alle identisch. Auch die Hauptbefestigungsschrauben, alle drei, sind an der gleichen Position. Yamaha hat hier zwei zusätzliche, rein der Optik wegen. Die Entlüftungskonstruktion unterscheidet sich bei der Yamaha etwas, bei den anderen beiden sind sie identisch. Ich zerlege einfach mal ein, um mal zu zeigen, wie die Innereien aussehen. So, jetzt schraubt man erstmal hier die beiden Kreuzlitzschrauben auf. Da muss man auch gleich aufpassen, weil der Schließzylinder mit einer Feder gehalten ist, die dann üblicherweise gleich irgendwo verschwindet. Meistens in der Werkstatt unter die Werkbank. So, das sieht jetzt so aus. Seht ihr, hier ist die Feder verschwunden. Das sind die Teile. Diese Feder sitzt hier drin. Und bei der Montage muss man die Feder ansetzen, den Deckel drauf machen und dann natürlich versuchen, hier wieder die Schrauben zu montieren. Deswegen am besten bei der Demontage die Sachen so mit einer Hand festhalten und aufpassen, dass diese Feder nicht verschwinden. So, jetzt kann man hier den Blechdeckel aufmachen und den wie nennt sich das? Schließdeckel, der also hier über die Dichtung zum Tank hin abdichtet. Jetzt sind hier nochmal vier kleine Federn drin. Die haben die Funktion, diesen Deckel auf Druck zu halten beim Schließen. Das klemmt natürlich ein bisschen. Das ist der Vorführeffekt. So, zack. So, jetzt machen wir hier die raus. So, dann haben wir also vier Federn für die Schließung und nochmal die gleiche Feder für den Kolben. Um das Ganze zu demontieren, muss man die Schraube noch drauf machen. Zack. Und jetzt kann man hier vorsichtig den inneren Bereich abnehmen. Hier ist man mal eine kleine Scheibe. Muss mal aufpassen. Die dichtet nochmal zu einem Rohring ab. Da kann man dann den Schließzylinder rausziehen. So, der klemmt natürlich jetzt ein bisschen, weil er defekt ist. Den muss man dann hier entsprechend so rausdrücken. Okay. Hier haben wir jetzt dieses Ha, normalerweise wäre hier jetzt noch diese kleinen Membranplättchen drin. Die hatte ich schon mal rausgenommen, weil wenn die Saturno in der Sonne steht und die Luft sich im Tank ausdehnt, dann drückt die Luft sich über die Membranplättchen raus und dann gibt es so ein komisches Fiepen. Das hat mich also immer genervt. Deswegen habe ich sie hier ausgebaut. So, jetzt können wir nochmal zum Vergleich den Mito-Deckel aufmachen. Um die Teile mal zu vergleichen. Also, Schrauben auf. Daumen festgehalten. So, vorsichtig abgenommen. Zack, da kommt die Feder. Da kommt jetzt hier auch der Ring und der Deckel. So, jetzt hier unten noch gelöst. Dann kann man alles auseinander nehmen. So, vorsichtig abheben. Das sind die Teile, die sind alle gleich raus. Hier sind jetzt auch wieder diese vier Federn drin. So, jetzt gucken wir mal. Hier sieht man das deutlich. Hier sind diese Membranplättchen drin. Der Tank zieht praktisch hier drüber. Luft an und drückt sie aber auch auf der anderen Seite wieder raus. Die haben unten noch so eine kleine achtförmige Dichtung. und sitzen hier drinnen. Für die Tankbelüftung und Entlüftung. Auch das Schloss ist kaputt. Okay. Mal gucken, wo man die jetzt einzeln bekommt. Aber im Knobeln seht ihr hier. Die sind alle ähnlich aufgebaut. Hier ist noch ein kleiner Trick, um die Klappe zu demontieren. Dann muss man die Oh, da ist eine Feder ausgerutscht. Dann muss man die Schraube aufmachen. So. Das ist nämlich die Sperre für die für die Halterung vom Deckel. So, so sieht das aus. Mit der kleinen Feder wird der Bolzen praktisch auf Druck gehalten. Ja, jetzt muss ich noch erwähnen, dass die Kameraführung heute von meinem Sohn übernommen worden ist. Sonst kann ich das mit den zwei Händen ja nicht machen und Kamera halten. Alles klar. Simon, ne? Ich denke mal, jetzt können wir mal abschließen. Hier ist der Yamaha-Deckel. Hier seht ihr nochmal diese Funktion dieser vier Federn. Wo der Schließkolben angedrückt wird oder aufgedrückt wird. Ansonsten gibt es hier auch die Schraube für die Klappenhalterung und die Schraube, um das Ganze zu demontieren. Der Halter sieht halt ein bisschen anders aus, aber alles passt in die Foto-Tanzreihe. Und ganz zum Schluss noch was ganz hübsches. ein Renntankverschluss. Der hat also die drei Schrauben für den Saturno-Deckel und öffnet praktisch hier über den Drehverschluss. zack, rastet hier ein, drückt etwas an, macht auf und dichtet über den O-Ring ab. Ganz fein für den Weihnachtsgabentisch. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Moin moin, kommen wir zum zweiten Teil. Auch diese Sendung wird gesponsert von einem nicht näher genannten Bierbrauer, aber egal. Beim letzten Mal habe ich verschwiegen, wie man da den Schießzylinder demontiert. Das ist ganz einfach. Der hat von der Innenseite ist hier eine federbelastete Sicherung angebracht. Die muss man mit einem schmalen, am besten, ich habe ein Messer genommen, reindrücken und dann das Schloss von innen nach außen rausziehen. So, ich mache es jetzt mal umgekehrt mit einer Hand, weil ich keine Kamerahilfe habe. Diese Sicherung muss immer zu der, zu dieser Acht, wo die Entlüftungsventile drin sind, zeigen. Nur da, in dieser Position, kann man das Schloss montieren. Achtung, jetzt fummel ich das mal so blind irgendwie so zusammen. Ja, funktioniert hervorragend. Ich habe ja so geübt. So, jetzt drückt man das nach hinten. Und jetzt schnappt das ein. Und jetzt kann man vielleicht gucken, hier seht ihr diese, hier an der Stelle, da ist diese Sicherung praktisch wieder rausgeschnappt. Und das Schloss kann man wirklich nur demontieren, wenn man hier mit dem, mit dem Messer reinfasst drückt und das Schloss und diese Sicherung vielmehr nach innen drückt. Sieht man das? Ja, sieht man. Und dann nach außen drückt. So, dabei muss man natürlich aufpassen. Hier ist ein kaputt gebrochenes Schloss. Und wenn man das aufmacht, flutschen diese kleinen Schließzylinder raus. Also ganz vorsichtig rausdrücken. Auch hier zeige ich das mal umgekehrt. Die Schließzylinder, die kann man, zack, kann man vorführeffekt nach innen drücken. Und jetzt geht das nicht mit einer Hand. Das ist aber auch egal. Ihr wisst schon, wie das geht. Also einfach dann mit dem Messer reindrücken und das Schloss flutscht dann nach innen. Im montierten Zustand müssen dann noch ein Abstandsring, ein O-Ring und noch eine flache Scheibe montiert sein. Dann ist das vollständig. So, noch irgendwelche Fragen? So sieht das aus. Das sind diese federbelasteten Schließzinder, Schließkolben. Hier hinten sind Federn drin. Die können auch verschwinden. Also schön aufpassen. So, dann ein zweites kleines Geheimnis. Die Membranventile. Die wirken saugend sowohl als auch drückend. So, jetzt sieht man hier die Einbaulage ist meines Erachtens egal. Aber ich glaube, im Original sind sie so eingebaut. Hier ist der Kanal, der hier ebenfalls im Deckel eine Gegenvertiefung hat. So, eingebaut ist das Schloss hier. Unter diesen beiden Öffnungen sind die beiden Membranen angeordnet. Das heißt, wenn getankt wird, wird die Luft, die zu viel ist, über die eine Seite, über diesen Kanal, hinten in diese Überlaufbohrung, sag ich mal so, vom Tank gedrückt und umgedreht, wenn der Benzinstand fällt, wird hierüber Luft angesaugt über die zweite Platte. Und ich habe es am letzten Mal schon gesagt, es kommt vor im Sommer, wenn die Maschine in der Hitze steht und die Luft sich ausdehnt, dann fliegt das so entsprechend. Das sind diese kleinen Gummimentran-Membranplättchen. Das ist eine ganz dünne, feine Gummimentran, die dann hier entsprechend über die Löcher, über diese vier Öffnungen Luft ausschleusen oder reinlassen. Okay. So. Ah, das ist eine tolle Geschichte. So, jetzt noch mal was ganz Spezielles und da ist mir auch was passiert. der die Öffnungsklappe. Die hier ist mit einer Feder versehen, die entsprechend die Klappe wieder schließt. Zack, mach das jetzt mit einer Hand. Zack, so klappt das. Aber die Japaner, diesen Tankdeckel gebaut haben, haben wir hier noch was ganz Feines eingebaut und zwar hier an der Stelle, an der Stelle, neben der, macht jetzt die Kamera, macht es auch nicht genau. Hier ist noch eine zweite Vertiefung. Und in dieser Vertiefung gibt es ein kleines Kügelchen und wo ist die Feder? Diese Feder. Die Kugel zeigt zur Klappe hin und die Feder zu dem Blechwiderlager. Und wir haben hier, das kann man jetzt wahrscheinlich ganz schlecht sehen, kann man nicht sehen, in der Seite, praktisch hier, an der Seite von der, von der Klappe ist eine kleine Vertiefung, wo die Kugel sich reindrückt. Und zwar im offenen Zustand und im geschlossenen Zustand. Das heißt, beim Tanken oder beim Öffnen des Tankdeckels bleibt, obwohl es eine Feder gibt, eigentlich der Klappendeckel offen, durch diese Kugel gehalten und die kleine Feder. Und dann schnippt man den Tankdeckel zu und dann gibt es noch eine geschlossene Position. Position. Das Ganze sieht hier bei einem Originaldeckel so aus. Ich mache den Deckel auf. Habt ihr das Klicken gehört? Das ist das Rasten von der Kugel in diese Vertiefung. Der Klappendeckel bleibt offen. Der Schlossdeckel vielmehr. Der Tankdeckel, Verschlussdeckel. Mensch, können wir einen Wettbewerb machen, wie das am besten klingt. Und dann zack, klappt es über die Feder zu. Und diese Schließposition ist natürlich irgendwie ein bisschen unsinnig, weil die Feder ist ja eh zu macht. Die hält nochmal den Deckel auf einer geschlossenen Position. Nochmal offen, klack und zu. Wenn das bei euch anders ist, dann stimmt irgendwas nicht. Okay? So, jetzt wird es glaube ich ein bisschen zu lange wieder. Jetzt mache ich noch einen dritten Teil. Jetzt verrate euch die Geheimnisse von dem Tankdeckel der 125er. Aha, das ist jetzt Piuma, SP02, GFR. Also, davon später. Tschüss. So, jetzt mache ich doch nochmal einen dritten Saturno-Tankdeckel-Teil dazwischen. Ich habe inzwischen mal diese Feder und diese Kugel montiert. Die sieht man hier. Da vorne ist die Kugel, hier ist die Feder. Okay, die Schärfennachstellung ist mit dem Foto ein bisschen schlecht, ist klar. Was mir also passiert ist, habe ich auch nicht mehr daran gedacht. Bevor ihr diese Schraube löst, also diese Schraube löst, um den Grundkörper abzunehmen, solltet ihr diese Schraube lösen und das Blechwiderlager ein bisschen hier nach außen schieben, um die Federspannung rauszunehmen. Weil sonst schlutscht uns euch möglicherweise, wenn ihr den Deckel abhebt, die Feder weg. Das ist also mir selber passiert und naja, hat lange gedauert, bis wir sie gefunden haben. Aber wie haben sie gefunden? Deswegen bin ich jetzt auch so ein bisschen nervös, weil ich das hier einfach nur eingespannt habe. Aber ich wollte euch das nur mal zeigen, wie das aussieht. Also aufpassen. Die beiden Schrauben lösen, Deckel abnehmen, da ist eine Feder drunter, die gerne wegfliegt. das abnehmen, da sind die vier Federn drunter, die also die Abdichtung übernehmen, also den Federdruck für die Abdichtung aufpassen. Und bevor ihr den Hauptdeckel runternehmt, um an das Schlosszylinder zu kommen, erst diese Schraube lösen, den Blechwiderlager ein bisschen zur Seite drehen oder wie auch immer und versuchen durch seitliches Schütteln die Feder und die Kugel rauszubekommen. Sonst habt ihr Pech und das fliegt vielleicht euch irgendwie in der Gegend rum. Denn das Wegfliegen verhindert im Prinzip wirklich nur der Deckel, der hier drüber liegt. Dann noch eine zweite Korrektur mit den Membranventilen. Natürlich ist es Quatsch, wenn ich tanke, habe ich den Tankdeckel offen. Da brauche ich da keinen Luftausgleich über diese Membranventile zu haben. und was ihr also hier seht, hier habe ich mal ein Loch, ein zusätzliches Loch gebohrt, weil mir dieses Fiepen genervt hat. Ich habe die Membranventile ausgebohrt und habe im Prinzip, jetzt will ich nicht rumdrehen, dass mir die Feder rausfliegt, hier hier außen praktisch eine zusätzliche Luftöffnung geschaffen. Also ich habe hier durchgebohrt, damit von außen also hier direkt die Luft reinkommt. Ist nicht schön, aber wir haben es damals mal bei der Rennerei gemacht, war das ein bisschen einfacher. Okay, das war's. Bis demnächst. Ja, doch noch noch ein Teil. Okay, also, was mir jetzt bei der Montage aufgefallen ist, was vielleicht eine wichtige Info ist, diese vier Federn, die hier montiert werden, hier ist eine noch, 1, 2, 3, 4, die also den hier den Verschluss im Prinzip Federn belastend, die sind etwas kürzer, dann gucken wir mal als die Feder, die hier die die Schließnase in der Schließnase montiert ist. Also, falls ihr das mal durcheinander bringt und euch wundert, die gehört also, diese lange Nase, diese Feder gehört hier rein, die ist so montiert. Zack. Hier, hier vorne. vier gleich lange und eine etwas längere. Alles klar? Okay, bis bald. Also, wenn ich schon mal gerade dabei bin und ihr mir das nicht glaubt, also, das ist der Saturno-Tankdeckel, okay, ihr seht hier rechts eine Bezeichnung, die nennt sich CT4-103. Okay, kommt das gut raus. Und beim Teil 1 war das vielleicht alles ein bisschen schnell. Das ist der Kajiva Mito-Tankdeckel, was auch wieder, denke ich mal, baugleich ist mit Ducati und anderen italienischen Marken. Da sind halt die einzelnen Komponenten ein bisschen anders gefärbt. Der Deckel ist heller und hier seht ihr zum Beispiel auch die gleiche Bezeichnung CT4-103. Kann man so hier sehen. Hier der Rand, der hat also hier eine Drehung, was ist so, grob gedreht. Das sind also so Wiffel. Dann gibt es also den Kajiva-Elefanten hier auf dem Kopf. Klappendeckel ist genau identisch. Alles so goldgelb. Saturno hat eine glatte Einfassung, schwarzen Tankdeckel, die Lehrerzeichen, gleiche Klappendeckel. So, um das nochmal zu verdeutlichen, ihr habt ja jetzt schon genug für den Klappendeckel. Wie ich das jetzt auch mit einer Hand zerlegt. Jetzt zeige ich euch das mal. Also hier, aufschrauben. Und wahrscheinlich fliegt mir jetzt die Feder weg. Aber das ist ja jetzt gewollt. Aufschrauben. Nochmal aufschrauben. Schau, mal gucken. Jetzt mit einer Hand halten. aufschrauben. 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 Und da ist er runtergefallen, aber gefunden. Okay, das ist also genau das, wo man aufpassen muss. Also die Kappe, die Feder und der aufschrauben. ja, gefährlich. So, jetzt haben wir also hier das Schloss. Und wie ich schon erwähnt hatte, hier ist diese schmale Scheibe. Und jetzt seht ihr hier darunter den O-Ring zur Abdichtung. Und unten drunter ist diese zweite Scheibe. So, jetzt kann ich das hier abheben. Das ist diese Blechabdeckung. Und hier seht ihr diese entweder belasteten Schließer, Abschließer, Tankdeckelschließer mit der Gummidichtung. So, und hier sind die Federn drunter. Und da ich den schon mal zerlegt hatte, sind nur zwei Federn montiert, weil ich zu faul war, alle vier zu montieren. Das sind also diese kleinen Federn. Zack. So, und da ich weiß, dass hier jetzt keine Feder mit der Kugel drunter ist, mache ich natürlich erstmal den Anschluss auf. So. Zack. Zack. So, jetzt muss man den Deckel hochklappen, wie auf der Toilette. Und kann dann jetzt ein bisschen gefummeln. Wenn man noch eine zweite Hand zur Verfügung hat, kann man dann eventuell mit einem kleinen Schraubenzieher zwischenfassen. Diese Grundplatte abnehmen. So. So, wie da, hier sind die Membranblättchen drin, mit der Abdichtung. Hier ist nochmal die Gummidichtung. dazwischen, auch ganz wichtig, aufpassen, dass sie nicht einreißt. So, und hier sieht man im Prinzip genau das gleiche, wie bei der Saturnung. Das Bechwiederlager, wenn man das demontiert, kann man also hier den Lagerstift ziehen für den Tankdeckel, also für den Schlussdeckel. und hier an der Seite die zweite Vertiefung für eine Kugel und eine Feder für die Rastung des Deckels. Ja, also die Teile sind wild tauschbar. Wenn ihr also ein Schlossproblem habt an der Saturnung, kauft euch einen Schließzylinder oder einen Schlosssatz von der Kajiba. Die werden im Ebay günstiger angeboten als von Ducati. Mehr Geheimnis verrate ich nicht und tschüss, bis zum nächsten Mal. So, heute bin ich aber besonders fleißig, jetzt schiebe ich noch ein Teil dazwischen. Jetzt habe ich auch mal den Yamaha-Tankdeckel zerlegt. Von den Innereien ist es absolut identisch. Ihr seht also hier die Wüsteanordnung der einzelnen Bauteile. Die Grundplatte ist ein bisschen unterschiedlich zur Saturno. Es fehlt diese Ecke hier. Ansonsten gibt es gibt es auch diese Membranklappe, also die Membran-Einsatz mit der Dichtung und dem Kanal. Der Schließzylinder ist absolut identisch. Von der Rückseite seht ihr das auch. Das ist der kaputte. Ich habe also probiert, die Saturno Grundplatten, die kann man also auch mit den Yamaha-Teilen kombinieren und umgedreht. ein kleiner Unterschied ist natürlich etwas das Gehäuse. Seht ihr das jetzt hier? Das ist ja die zusätzliche Sicherungsschraube im Tank. Das ist wenn ihr den, damit also keiner die drei Schrauben auftritt und zieht einfach den Tankdeckel raus und kann euch das Benzin klauen, ist der Rahmen praktisch hier nochmal mit dieser Kreuzschlitzschraube im Tank befestigt. Das ist also absolut identisch bei der Yamaha. Ich habe ja den Yamaha-Tankdeckel an der Saturno montiert, das funktioniert einwandfrei. Bei der Yamaha ist hier noch eine Brücke dazwischen, weshalb diese Öffnung da ist, das weiß ich jetzt momentan nicht. Die fehlt bei der Saturno. Ansonsten gibt es den dieser Entlüftungskanal eingefräst ist, der fehlt bei der Yamaha. Das brauchen vielleicht die Zweitakte nicht, das ist egal. Aber ansonsten die Konstruktion mit dem Widerlager, mit der kleinen Kugel, mit der Feder, mit der Feder ist alles identisch. Die Teile liegen auch, hier muss ich aufpassen, die liegen also hier rum. Ja, wie gesagt, die Tankdeckel stammen meiner Meinung nach aus den RD-Jahrgängen auch ähnlich wie die Saturno 87, 88, 89 so in der Gegend. Mehr recherchiert habe ich nicht, ob es dafür Teile gibt oder Schließzylinder Einzel und Schlosssätze. Wahrscheinlich gibt es irgendwie bei den Schrottis, die die Einzelteile anbieten, möglicherweise Ersatz im Internet, also im Ebay habe ich noch nichts gefunden. Okay, das war es erst mal. Hier noch mal den Unterschied zu den beiden. Wie gesagt, kann man alles untereinander austauschen, gerade die Teile hier, die sind absolut gleich, die Federn, die Blechdeckel, diese Schließkolben, die Schrauben, stammt alles aus einer ja, aus einem Fundus. Bei Yamaha ist mir aufgefallen, dass hier ein Zeichen eingegossen ist, was auch immer das heißen mag, ob man das sehen kann. Das sieht aus wie ein F und ein D. umgedreht macht es weniger Sinn. Das habe ich also bei der Saturno nicht gefunden. Da gibt es also irgendwie keinen Hinweis. Hier ist ein SK1 eingegossen. Dann gibt es wie gesagt diese CT4 Nummer und hier gibt es noch ein E1. Das findet sich hier bei der Yamaha als E2 wieder. Na gut, also ihr merkt schon, Tankdeckel ist fast komplizierter als der ganze Motor. Tschüss. Buongiorno. Heute kommen wir zum letzten Teil der Saga Wissenswertes über Tankdeckel. Okay, meine Frau hat gesagt, ich komme so ein bisschen müde rüber und lustlos, aber hey, wir machen hier eine seriöse Sendung für wissenshungrige Motorradfahrer, also keine Spaßsendung. Kommen wir also heute zu den angekündigten Tankdeckel der EFR SP02 und Piuma. Jawohl, die Piuma hat als Rennmaschine einen abschießbaren Tankdeckel. Oh wundersame Italiener. So, da die Zweitakter einmal im Tank einen Fachhaben für Benzin und eins für Öl, sind beide identisch, beide Tankdeckel, man möge mich korrigieren, ich hatte irgendwie so das Gefühl, da steht auf dem einen Öl und anderen Benzin drauf, aber egal, zumindest sind beide vom Schließzylinder gleich, also ein Schlüssel passt für beide Seiten. Ich bin der glückliche Besitzer von so einem Pärchen, haha, das ist meine stille Reserve. So, ich habe schon mal einen zerlegt, denn im Gegensatz zu dem Saturno Tankdeckel sind diese Dinger richtig propelig und einfach. Man bemerke den Namen, jetzt kommt mal wieder die Qualität der Kamera oder des Fotooperats zum Tragen, der Hersteller ist Sadi, da ist ein Kringi mit dem I, das könnte auf Italien deuten, zumindest ist der Tankdeckel im Verhältnis zu dem Saturno Denkel, wie ich sagte schon mal, sehr einfach aufgebaut. So, wir haben also hier ein Kunststoff Innteil mit einer Feder und einem Dorn, dann eine Gummiabdichtung, den eigentlichen Deckel mit der Klappe, das ist ja soweit bekannt, und hier der Kranz, der im Tank eingeschraubt ist, wo der Deckel dann sich so wunderschön zentriert. So, das Ganze funktioniert indem hier entsprechend 90 Grad der Schlüssel gedreht wird und hier über diese Schräge der Tankdeckel sich fest krallt und auch wieder geöffnet werden kann. Okay, zerlegt sie folgendermaßen aus, ich habe die Dichtung, den Grundkörper, die Führung, die Feder, oben den Deckel, den Splint und dann muss man natürlich aufpassen, wenn man den Splint gezogen hat, fällt alles schon auseinander, also gibt es keine separate Sicherung für das Schloss, am besten lässt man die Klappe zu, denn man kann mit dem Finger das Schloss gleich heraus drücken. So, das lässt sich natürlich auch nur in einer Position montieren, man sieht also hier die kleinen federbelasteten wie wie nennt wie nennt sich das Schließzähne Gim Gim machen wir was verkehrt in diesem Gehäuse ist noch ein O-Ring drin, der sitzt hier praktisch hier unten zur Abdichtung und hier oberhalb hier ist auch noch eine Abdichtung zu sehen das sieht man also hier ok also aufpassen das lässt sich also ganz leicht demontieren so wie war der jetzt das wieder hier mit einer Hand konstruiert ich glaube das war so zack zack zu fest den Deckel oben habe ich nicht zerlegt man sieht hier an der Seite zwei Öffnungen das hier diese dunkle Stelle das ist die Klappenlagerung man sieht also hier ist ein bisschen verrostet korrigiert hier der Stift der die Klappe hält inwieweit hier nochmal irgendeine Feder drin ist und eine Affektierung zusätzlich wie da bei den Saturnus weiß ich nicht ich habe auch momentan keine Lust das zu zerlegen auf jeden Fall kann man von der Seite mit ganz dünnen Dorn diesen Sprint raus treiben und man sieht sogar hier hier im Gehäuse eine ganz kleine Nut dass man auch den in der Verlängerung und das können ihr es vielleicht hier sehen in der Verlängerung den Stift rausziehen kann diese zweite Öffnung hier oben ja das birgt noch ein Geheimnis das vielleicht in einem Teil 8 zu lüften wäre das ist ein schönes Wortspiel so also ich mutiere mal hier so ganz schnell mit einer Hand zack zack das ist hier die Abdichtung dann haben wir hier unten die Grundplatte die hat also zwei Ausschnitte die passen auch nur entweder so 180 gedreht gedreht das ist völlig wurscht dann kommt das Gegenstück das dann über den Schlüssel verdreht wird über den Bolzen hier oben so dann muss man gucken dass hier oben die Öffnung im Ende von dem Schloss wo dann der Kerbstift reingetrieben wird sich mit den beiden Öffnungen deckt dann kommt die Feder dann kommt das Gegenstück auch hier muss man natürlich darauf achten dass die Flucht eingehalten wird so hier ist die Öffnung da hinten ist Prinzip im Anschlag da kann man also nicht durch Doofheit den Stift hinten wieder raus drücken so das muss man jetzt natürlich wenn man zwei Hände hat und nicht eine Hand mit die Kamera halten muss kann mit einer Hand runter drücken und dann von der anderen den Stift einfach reinschieben das war's so einfach ist das kinderleicht ist ja auch kein Wunder ist ja auch bei den 125er verbaut das Niveau ist vielleicht noch ein bisschen einfacher keine Ahnung ich weiß es nicht jedenfalls für die Doofen steht hier auch drauf Lift also anheben und für die die leben können steht hier noch drauf Open und Closed also perfekt so jetzt haben wir eigentlich alles hab ich was vergessen ha jetzt kommt nochmal die Tuningfrage Gewichtsermittlung altes Thema jetzt stelle ich mal die Uhr ein äh die Waage Entschuldigung so jetzt werden wir mal den dieser Tolo Tankdeckel draufhauen und wir sagen wir messen 334 Gramm 334 Gramm ohne diese zusätzliche Gummiabdichtung und die Schrauben und den Schlüssel okay so vergleichbar ziehen wir jetzt mal den Schlüssel hier raus schaffe ich das mit einer Hand ja so Deckel mit Einfassung und jetzt haben wir 330 naja also vergleichbar schwer was aber bedeutet da ich ja zwei Tankdeckel habe bei den 125er ist dieser Tolo natürlich mal wieder ein Vorteil hinsichtlich Gewichtsfrage und hinsichtlich Technik also wie ich das ja endlos erklärt habe finde ich ja diese Tankdeckel was ganz feines da kann man sich ja wirklich stundenlang drüber auslassen also über Nacht habe ich noch nicht irgendwie noch was Neues gefunden was ich irgendwie erzählen könnte aber naja vielleicht gibt es da noch so ein paar Geheimnisse die ich nicht verraten habe mal sehen ok das war es jetzt erstmal ich glaube Nordwest und RC Tankdeckel die kann man nicht zerlegen muss ich vielleicht mal nachgucken irgendwo habe ich noch welche rumfliegen aber wenn mal irgendeiner Lust hat was über seinen Tankdeckel zu wissen kann ich mir den gerne schicken ich werde alles tun um die Geheimnisse zu entschleiern ok bis zum nächsten Mal hier an gleicher Stelle in Garagen TV Grüße und Tschüss so Moin Moin heute machen wir den ersten Nachtrag zu den SP02 Tanks in der Tat auf den Original Tanks steht auf der rechten Seite Oil und links Fuel auf gut Deutsch Benzin und Öl damit die Seiten nicht verwechselt werden die Geheimnisse der Tanks hinsichtlich Entlüftung sind wie folgt hier seht ihr ein kleines Loch das ist der Überlauf für die Benzinseite sinngemäß gibt es auf der Ölseite ebenfalls ein Rohr das durch den Tank führt auf die Unterseite das seht ihr gleich noch mal der Nippel hier das ist die der Anschluss für die witzigerweise obwohl auf der Ölseite die Entlüftung für die Benzinseite denn das ist wieder identisch wie mit der Puma die den Tankdeckel in der Mitte hat aber auch den Anschluss auf der Seite jetzt gehen wir mal hier rüber hier seht ihr die Unterseite der Tank ist zwar nicht mehr so schön aber immerhin die Stutzen sind zu sehen die beiden hier das sind die Überläufe entsprechend das ist der Ölüberlauf vom Tankdeckel das ist der Benzinüberlauf vom Tankdeckel wir haben hier neben dem Überlauf den Ausgleichsanschluss für die Ölseite hier zieht der Luft rein wenn der Öl das Ölniveau sinkt und hier unten haben wir noch einen Stutzen das ist im Prinzip der Anschluss unten für den Motor und natürlich der klassische Benzinhahn das sind soweit die Anschlüsse am Tank nochmal zu sehen ok jetzt können wir den anderen Tank aber auch nochmal umdrehen das ist vielleicht ein bisschen schicker so also hier Benzinhahn das ist der Ölanschluss das ist der Geber der Ausgleichsanschluss für die Ölseite der Stutzenüberlauf der Stutzenbenzinüberlauf und hier seht ihr wunderbar wie das Öl rausläuft also ein bisschen ist noch was drin also wieder zurückkippen so zu den Benzin den Tankbeschluss also zurück zum Yamaha das hat also mit Belgrade oder irgendwas überhaupt nichts zu tun der Anschluss ist also vor dieser japanisch-italienischen Freundschaft das ist definitiv ein Tankdeckel von der TZR 250 Bauer 87 das Fahrzeug ist teilzulegt liegt bei mir den Brief habe ich der Tankdeckel ist ebenfalls bei den TDRs verbaut worden alles im Prinzip noch vor der Saturno Zeit oder in der Zeit wo die Saturno geboren wurde so inzwischen ist auch noch ein Tankdeckel von der Ducati 748 hat sich eingetroffen in Garagien der ist absolut identisch mit dem Kajiva Mito Anschluss der einzige Unterschied ist nur es sehen naja die Auflösung sehr schlecht auf dem Schlüssel steht Ducati während bei den Kajiva Mito Tankdeckel natürlich Kajiva draufsteht hahaha aber ansonsten absolut gleich man kann also wunderbar schlachten rauben kopieren wie schön dass es so wenig Saturno Tanks gibt oder Maschinen ausgeliefert worden sonst würden die Ducati und Kajiva und Yamaha Jungs auf den Gedanken kommen unsere Tankdecke zu nehmen um ihre zu reparieren ok bis zum nächsten Nachtrag tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal tschüss